Hallo Minecraft Freunde, weiter gehts im Kistenhaus Survival Staffel 2. Dieses komische Anhängsel von dem Haus, vom Wohnzimmer, dann haben wir dort noch ein paar Betten, da dieser Eingangsbereich, da sieht man von hier oben alles gut. Da kann man hier ab und zu mal so eine Art Zwischenstand machen. Da drüben ist dieses Park, wo die Decke immer noch nicht fertig ist. Und das da ist den Mob haben oder was ist das da hinten? Ja, ich glaube, das soll eine werden und unten ist noch ein Stumpen. Okay, der das wahrscheinlich über mehrere Etagen da drin. Okay, egal. Warte mal, ich muss mal gerade. Nach unten gehts nach unten. Ja, ich sei nach unten. Okay. Weißt du noch, also noch zwei Blöcke Wasser brauchen? Also ihr habt ja auf jeden Fall schon mal gesehen, da ist noch viel, viel Platz. Das heißt, wir kriegen hier noch sehr viel rein. Das heißt, das wird noch viele Dinge geben. Aber wir müssen immer noch die restlichen Tiere, nur die restlichen Tiere, die machen wir nicht heute. Ne, weil ich vier Folgen lang... Ja, genau. Wir gehen langsam mit Tiefel aus. Das machen wir ein andermal. Au. Das machen wir ein andermal. Au. So, und ihr seht, hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Au. Das hier kommt später auch noch weg. Ähm, das Teil ist nach draußen gewandert. Da werden wir eine, eine Art Stahlfabrik draußen bauen, wo das Eisen produziert wird. Also zumindest so ein Gebäude, das so aussieht. Das ist, äh, will ich euch zeigen. Das ist Wahnsinn. Wir haben es, äh, wir haben es, äh, nach draußen transportiert. Hatten wir nicht mal irgendwo was zu essen? Ähm, jetzt muss ich erst mal... So, da ist es gelandet. Ach, ich hab was dabei. Dort wird dann künftig das Eis produziert. Da mache ich später noch ein System, das das Eisen in das Haus transportiert. Und wir machen daraus so eine Art, äh, Stahlfabrikgebäude. Ne, so drumherum. Kommt aber auch später. 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 Viel später. Erstmal wollen wir innen weiterkommen. Ne? Die Schafe mit, äh, Schafe transportieren. Äh, die wollen da bestimmt alle hoch. Ja, ne, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ne, ne. Mir fallen bestimmt auch ganz viele tolle Titel ein, die mit Schafen und Kühl zu tun haben. Ich hab schon Mäh, ich hab schon Hirten. Aha. So, ne, das war ja das Wohnzimmer. Hier können wir zumachen. Ja, das haben wir doch von oben gesehen. So, das hatten wir fertig. Das Badezimmer, äh, lässt sich irgendwie nicht mehr blicken, was ich sehr, sehr schade finde. Hast du vergrault? Und ich hab auch, äh, schon versucht, ihn anzuschreiben, aber er reagiert nicht. Ob er keine Lust mehr hat, mit mir das Badezimmer zu bauen. Weil ich hab er sich in dich verliebt und traue und jetzt weiß er nicht, wie er sich in deiner Umgebung verhalten soll. Ja, ist klar. Aber Angst hat, ob du das mitkriegst. Oh, ja, Mann, nein. So, ach so, hier muss noch weiße Blöcke rein in die Decke. Ja, weil du willst, wenn du wissen, dass es nicht hat, ne? Oder vielleicht hast du dich ja in ihn verliebt und jetzt hat er das irgendwie mitgekriegt und jetzt schäbt er sich, oder er hat Angst, dass er jetzt irgendwas Falsches sagt, weil er wirklich nicht verletzen will oder sowas. Ja, ähm, also das Bad werden wir auf jeden Fall weiterbauen und falls sich Items for Secret doch nochmal meldet, kann er gerne nochmal mit dabei sein, aber dann bei einem anderen Projekt hier in dem Pistenhaus und das Badezimmer, ich möchte das gerne fertig haben. Und dazu brauche ich, oh, ich brauche, ich brauche, ähm, 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 Dingens, ähm, 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 Gesundheit. Quarz. Wolle. Wolle auch. ich habe eine ganz tolle für dich noch einmal abbauen ja das ist er hat vorher gewusst doch würde ich schon tun so ab und zu wenn man das sortieren wir mal ein hier benutzen obwohl so so dass wir auch ein dass da auch dann ist das da gleich im richtigen ort die mussten so haben wir hier überhaupt noch irgendwo quatsch ein paar haben wir noch einige zwei weil ich möchte ich war nicht ganz gerne auch in quatsch bauen nicht dann muss man ja erst davon dass es wird karten ja man kann sich reparieren okay das ist schön jetzt hält sie wieder 33 aus so jetzt muss ich überlegen wie mache ich das am besten die beide waren gar nicht das ist eigentlich immer gut doch 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 ich will sie ja bauen machen wir mal nicht zu viel das blöd dass man wasser nicht auf einem block füllen kann dann hätte ich eine richtig gute idee das meinst du aber das geht leider nicht meinst du warst du machst du mit wasser auf dem halben block füllen dass man quasi wenn man stufen rundum macht dass man oft so in die stufe wattes ja 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 doch ich weiß was du meinst ja wieso geht das nicht weil jetzt dass man quasi ja ich lasse dich alleine so dass man da quasi wasser rein füllen könnte nein ich kann doch das wäre das wäre eine gute sache aber das geht leider nicht so hier haben wir auch noch wenige schläge mit weiter jama du hast jetzt glaube ich ein paar meine treppen einkassiert ja zwei stück und meine die waren wir machen ein bisschen größer dies zu klein so die machen ein bisschen größer so gut war das bei dir ja man ja okay das macht mir sorgen hat doch gesagt von mir gewittert so setzt man erst mal so eine werkbank dahin so dann guck mal mit aus ich habe das ist wie eine guck mal mit was ich erfunden habe was du erfunden hast was hast du dann erfunden damals zu mir aber man kann ja hier noch fahren machen aber das wird diese treppe die ist wie so eine art mob ventil über die können hier drüber aber die kommen hier nicht mehr zurück es sei natürlich hüpfen die hüpfen da muss man schon hier verhindern dass sie hüpfen können ja dann verhindert das mal ein guck die können dann hier drüber auch die kommen nicht mehr zurück das geht nicht also müssen die dann hier lang muss ich noch mal welche machen das reicht nicht ganz jetzt bin ich doch untergefallen ja mal nein wieso setzt du den dahin so mittel kontrast mein blau weiß nein 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 nicht gut gar nicht gut so so jammer nein das wird die badewanne in der badewanne rein und raus du sollst in der badewanne keine eisenbahn fahren ach man guck so kommt man in die badewanne rein und so kommt man wieder raus wie machst du das nein ich steige einfach raus ach man du steigst hier über einen meter drüber über alles was einen meter hoch und einfach rüber steigen genau so machen wir hier dahinter müssen müssen pistons das heißt ich muss ein paar pistons kraften und zwar zwei zwei sechs ach einen mehr acht muss ich haben so und ich brauche eine truhe das heißt eine chip mit d so das machen wir alles da rein dann kann ich mich das zeug wieder einsammeln das braucht man nicht später wieder die blaue wolle und die rote wolle die weiße wolle machen wir einfach mal ja mal nein das ist für mich gedacht nicht für dich so jetzt das will ich denn mit dem zeug so dass da rein gut da müssen wir pistons kraften doch ich habe noch koppels holz habe ich auch noch und das kraften war gleich komplett um mit das ich hätte gerne ich hätte gerne in den tisch aus project also und ich hätte gerne diesen engel ist gesagt wie viel brauche ich 24 6 8 8 da brauche ich nein ja mal aus so warte mal einer zu viel so machen wir diesen dann kriegen wir nicht gleich genau so viel wie wir brauchen und da haben wir uns nach ich hatte noch ein paar business acht wie gemacht so dann brauche ich hast du es leiden bei waren wir ein project aus und schon im end weiß ich nicht hast du es leiden dabei nein wir haben noch erst noch zwei slime hatte mal drin nicht mehr dann kann ich ja auch gleich noch ein dicks ein t flip flop machen dann kann ich nämlich auch dingens boomens machen ja was ich mich war damals sein wenn wir schon uns schieben und schieben und schieben uns nicht gleich wissen nein war das ganze material drumherum das muss ja auch da ist ein bisschen koppel das ja dann nur noch schieten meintes koppel und holz und heißen hat das eine heißen mit die zwei koppel ja rechne das aber mal aus auf die ganzen ich glaube du würdest mit redstone und slime form vor allem mit klein würdest du viel länger brauchen das ist ein ding aus jedes tische könnte man auch gleich das ganze ich brauche ich brauche ich brauche nicht brauche ein bisschen mehr ich muss noch vier pistens machen ist so also das funktioniert klappselt das ja nicht warte mal nee das machen wir anders genau ja mal dankeschön was wollte ich sagen das war ich nicht aber ein pisten hast du noch nein doch musst du haben ja doch bitte gib mir die ich hab's geschafft nein ich bin nicht hier oben wo hast du eingesammelt ah danke so bitte raus so das war nämlich nee ich muss sind eins weiter unten so so dann lassen wir das wasser von oben einfließen genau so dann muss ich noch mal vier pistens machen aber warum brauchst du denn vier ich wollte zwei rein einen pisten machen wir erstmal noch und ich brauche sowieso mehr pistens müde ja meter aus warum machst du jetzt ist das wurde doch eine reine nein reicht eben nicht wenn du da einfach nur weg sie ist damit wasser rein theoretisch hast du sogar recht da machen wir das hierhin ja ich wollte halten schöneres system wo die blöcke zurückfahren runterfahren wasser durchläuft aber das kann man auch so machen dann machen wir sagen ich bin so müde ich habe es schon die hand falsch aufgelegt über die ganze zeit woanders hingelaufen gut dann spare ich mir ein paar repeater so 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 genau so dann muss ich brauche blau und weiß ich weiß nicht so weit mal da blau weiß blau weiß so ich hätte da weiß noch hin dann werde ich die jockey so dann machen wir einen t flip flop noch dahin ja das ist so gedacht so warte den machen wir den machen wir die zu verschwenderisch hast du ein redstone block bei dir nein du hast egal ich dachte jetzt noch mehr davon gut da muss ich mir noch was holen auch kein ding kriegen wir auch hin spieler kommt jetzt wohl zu was mache ich hier ich bleibe hier an diesem ausrufezeichen ewig hängen so jetzt redstone da haben wir doch eine brauche ich hast du hier ich würde sagen halben stack nehmen wir mit schallplatte was eine schallplatte ich habe keine schallplatte du hast einen sprung in der platte nein die habe ich noch lange nicht die platte nee wie ist 13 oder weiß ich nicht keine ahnung ich weiß es nicht so jetzt machen wir das wasser soll uns nicht ein fließen wie kriege ich denn jetzt irgendwie ein skelett dazu ein trieber zu schießen heißt hier soll das wasser drauf sein das papier so damit wir keine repeater brauchen machen wir jetzt einen kleinen trick ja 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 so das kind ja gar nicht das papier geht ja gar nicht in den drucker rein mit so doch das ist hier zu ende zack guck da ist noch kein papier im drucker so das heißt die werden jetzt alle angesteuert obwohl da kein repeater drin ist funktioniert so jetzt testen wir das kurz so ja mal nein ich muss doch da gucken der meter stopp nein hör doch mal auf vielleicht habe ich ja mal wir sind am ende der folge ich würde ganz gerne ja mal nein er kommt doch raus kann ich nicht ich muss hier nicht ich muss hier gucken ja genau gut alles grün funktio klapselt so da das wieder weg nicht dass du bist hier mit mir gefangen es macht mir sorgen tschüssi so bleib hier noch ein bisschen mit meinem Mutters okay ähm ernsthaft tschüss ey ja mal echt mal ne hm nicht zu bauen ich muss da noch dran da muss noch ein T-Flip ja tschüss okay wir machen weiter in der nächsten folge ich sag bis dahin und tschüss tschüss tschüssi 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 pf Vielen Dank.